Der Berg, der da in der Sonne ist, die Spitze, das ist unser Tagesziel heute hier. Das ist unser Tagesziel, da gehen wir heute gegen. Wieland, wie fühlst du dich? Super, höchstens. Super. Sibylle? Noch gut. Noch gut. Bis zum nächsten Mal. Also hier kam eindeutig eine Lawine runter, das sieht man hier. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020